Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Immobilien Nordzypern. Heute eines der wichtigsten Themen, was jeden von euch interessiert, ist der Erwerb auf Nordzypern und wie sieht es aus mit den neuen Gesetzen für den Immobilienerwerb auf Nordzypern. Also, das wichtigste neue Gesetz sagt, eine Immobilie, die im Bau befindlich ist, im englischen Aufplan, darf nicht im Grundbuch eingetragen werden, wenn der Bauträger die private Immobilienurkunde nicht zur Verfügung hat. Das sagt das neue Gesetz ab dem 21. Mai 2024. Vor zwei, drei Tagen hat uns das Grundbuch mitgeteilt, dass im Momentan Kaufverträge, Eintragungen stattfinden, wenn der Bauträger eine Baugenehmigung und Baulizenz zur Verfügung hat. Die Frage an euch, ein Bauträger, der eine Baugenehmigung und keine Baulizenz hat, kann sowieso nicht bauen, also rein theoretisch widerspricht das Gesetz mit sich selber. Auch in den Gesetzen, 28 Seiten Gesetzen, sind mehrere Sätze, wo sich miteinander wieder versprechen. Also, es ist momentan ein bisschen schwierig, eine Immobilie eintragen zu lassen, weil jeder hat Bedenken, wie wird es weitergehen. Kann es sein, dass in einem Jahr sich wiederum das Gesetz ändert oder wie wird es aussehen. Also, heute sagt der Maklerverband, das Beste ist, dieses Gesetz zu canceln. Wie kann man dieses Gesetz canceln? Das Gesetz können wir canceln lassen, indem alle zertifizierten Makler das neue Gesetz vor Gericht stellen. Das bedeutet, wenn wir zertifizierten Makler dieses neue Gesetz vor Gericht stellen, kann dieses Prozess zwei bis drei Jahre dauern. Und das bedeutet, dass dann dieses neue Gesetz dann ungültig ist. Ob der Maklerverband das machen wird, werden wir alle zusammen mit der Zeit erleben. Das zum einen Punkt. Punkt zwei. Wie sieht es aus mit den Trusties? Also, die Leute, die über die Trust Companies investiert haben bei Anwaltskanzleien, das neue Gesetz sagt, ich habe in jedem Video erwähnt, sie dürfen als Ausländer nur pro Paar eine Immobilie erwerben. Wie sieht es aus mit den Käufern, Kunden, die drei, vier, fünf Objekte gekauft haben? Jeder muss die Trusties auflösen, entweder auf eigenen Namen. Wenn sie schon eine Immobilie zur Verfügung haben, dann können sie leider wiederum diese nicht auf ihren Namen überschreiben, weil sie schon eine haben. Und ich habe diese Woche mindestens 10 bis 30 Nachfragen bekommen. Jetzt wollen die Kunden von mir Dienstleistungen, damit ich ihnen ihre Kaufverträge im Grundbuch eintragen lasse. Wahrscheinlich haben viele Europäer auf Nordzypern Immobilien gekauft, nur mit dem Kaufvertrag. Zählt dieser Kaufvertrag? Selbstverständlich zählt dieser Kaufvertrag. Nur, dieser Kaufvertrag, den sie unterschrieben haben, schützt sie nicht 100% davor, dass der Bauträger sie nochmal verkaufen kann. Damit der Bauträger ihre Immobilie, die im Bau befindlich ist, nicht an andere zweite, dritte, vierte Person weiterverkaufen kann, brauchen sie eine Grundbucheintragung. Was bedeutet eine Grundbucheintragung auf Nordzypern? Eine Grundbucheintragung bedeutet, sie sind die Inhaberin, sie haben das Recht, die Immobilie weiter zu verkaufen und sie sind der, diejenige juristische Rechtsinhaberin dieser Immobilie. Ohne ihre Erlaubnis kann diese Immobilie an keine zweite, dritte Person weiterverkauft werden. Das bedeutet eine Grundbucheintragung auf Nordzypern. Und die Grundbucheintragung ist ein Prozess, damit sie die Immobilienurkunde auf ihren Namen überschreiben lassen. Jetzt auf die Frage von euch vielen. Ich habe fünf Immobilien gekauft und die stehen auf die Trusties. Was kann ich tun? Also momentan heißt es, um die Immobilie weiter zu verkaufen, eintragen zu lassen, müssen sie erstmal eine Eintragung betätigen. Wenn sie es nur mit dem Kaufvertrag gekauft haben, können sie rein theoretisch diese Immobilie nicht weiterverkaufen, weil sie sind ja nicht die Inhaberin. 100 Prozent. Also Leute, die nur eine Immobilie erworben haben, nur mit einem Kaufvertrag, bitte sorgt dafür, dass ihre Immobilie im Grundbuch eingetragen wird. Das ist das wichtigste Thema, was sie heute aktuell anspricht. Sie sollten dafür sorgen, dass sie ihre Immobilie eingetragen bekommen, damit sie all die Rechte für die Immobilie bekommen. Das ist ein sehr wichtiges Punkt. Bitte seien Sie vorsichtig. Informieren Sie sich im Voraus. Lassen Sie sich beraten, aber von Fachleuten. Ich verstehe es nicht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die haben Leuten vertraut. Ja, Vertrauen ist gut, aber sicher ist sicher. Man kann den Juristen fragen, man braucht eine Grundbucheintragung. Auch nach der Grundbucheintragung. Bis sie die Immobilienurkunde bekommen, würde ich ihnen auch ein Testament empfehlen. Wozu ein Testament, wenn ich schon im Grundbuch eingetragen bin? Eine Grundbucheintragung ist eine gewisse Sicherung, bis sie die private Urkunde auf ihren Namen überschrieben bekommen. Und in der Zeit, wenn Ihnen was passieren sollte, sorgt dieses Testament dafür, dass Ihre Erben, die Sie wollen, diese Immobilie auf Ihren Namen erben können. Das war auch wiederum ein sehr wichtiges Punkt. Heute aktuell. Wenn Sie vorhaben, heute eine Immobilie zu verkaufen, zu vermitteln im Off-Plan, oder wenn Sie interessiert sind, auf Nordzypern zu investieren, kriegen Sie dann eine Grundbucheintragung? Ja, das Grundbuch erlaubt Ihnen momentan mit Baugenehmigung des Bauträgers und Baulizenz kriegen Sie diese Eintragung. Nur, es kann Ihnen kein Jurist die Sicherheit geben, ob dieser eingetragene Kaufvertrag nach 5 Monaten, 6 Monaten gültig wird. Warum? Was meinst du damit, Erdem? Wir haben doch eine Grundbucheintragung. Damit meine ich, das Gesetz sagt zu uns, Sie sind verpflichtet oder können nur einen Kaufvertrag eintragen lassen, wenn diese Immobilie eine Urkunde zur Verfügung hat. Was meinst du damit? Ein Grundstück, das was bebaut wird, hat eine Grundstücksurkunde. Hiermit ist nicht die Grundstücksurkunde gemeint, hiermit ist die Hausurkunde gemeint. Wann bekommen Sie die Hausurkunde? Nach dem Final. Was ist ein Final? Final sagt man auf Nordzypern. Wenn die Immobilie kurz vor Fertigstellung ist, kommt der Stromamt, der Planungsamt und alle Ämter kommen, um die Immobilie zu überprüfen. Und wenn der Bauträger diese Überprüfung besteht, bekommt er den Final, die Erlaubnis Final, für die Urkundebeschreibung. Das bedeutet, diese Immobilien, die schon ihre Finals haben, haben auch eine private Urkunde oder eine vorübergehende Urkunde und dann, diese Immobilien dürfen im Grundbuch eingetragen werden. Aber das Grundbuch sagt uns heutzutage aktuell, ihr könnt gerne euren unterschriebenen Kaufvertrag vom Käufer und Verkäufer zu uns bringen. Wir betätigen die Grundbucheintragung. Es kann sein, dass nächste Woche oder Ende dieser Woche, am Donnerstag, am Freitag, das Grundbuch wieder ein Amtsblatt austeilt und dieses Gesetz wieder erlockert. Weil das Gesetz ist ein strenges Gesetz für Investoren, die vorhaben, auf Nordzypern zu investieren. Ich habe Ihnen das auf unserer Maklerseite ausgeblendet. Das können Sie sich gerne nochmal durchlesen. Im Momentan widerspricht das Grundbuch dem Gesetz. Weil das Gesetz sagt, du kannst nicht eintragen lassen, ist nicht erlaubt, aber das Grundbuch erlaubt uns. Also das Gesetz widerspricht sich mit sich selber. Deswegen, ich weiß nicht, was ich als Makler dazu sagen soll. Ich könnte gerne Ihre Frage beantworten. Wenn Sie eine Immobilie gekauft haben, ohne eine Grundbucheintragung, können Sie mich jederzeit kontaktieren für diese Dienstleistung. Die können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, auf bestimmte Kostbasis. Da könnte ich Ihnen wirklich bildlich sein. Bitte schauen Sie, dass Sie eine Grundbucheintragung bekommen, mit einem Stempel. Dieser Stempel muss auf den letzten Seiten Ihres Kaufvertrags gestempelt sein, dass Sie die Inhaberin sind. Das schützt Sie, dass kein Bauträger oder der Verkäufer diese Immobilie an zweite, dritte, vierte Person weiterverkaufen kann. Das mit den Trustees, wie die Anwaltskanzleien oder wie Juristen sich die Trustees-Themen klären werden. Ich bin der Meinung, momentan haben alle Anwaltskanzleien und alle Anwälte dasselbe Problem, dass sie versuchen, die eingetragenen Trustees auf Namen der Kunden zu überschreiben, wenn das überhaupt möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, wie wird es dann aussehen? Wie werden Sie diese Immobilie verkaufen? Oder werden Sie überhaupt diese Immobilie weiterverkaufen können? Das sind sehr wichtige Fragen, die gestellt werden müssen. Und heutzutage kann es sein, dass man diese Fragen nicht sofort von den Anwälten oder Anwaltskanzleien gut beantwortet bekommt, weil jeder wartet, wie der Prozess weiterlaufen wird. Das zu dem Punkt, was die neuen Gesetzänderungen auf Nordzypern angeht. Wie nun gesagt, können Sie mich per E-Mail, per WhatsApp, per Telegram jederzeit erreichen. Das war das Aktuelle für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Euer zertifizierter, zuverlässiger Immobilienmakler Erdem Cittil. Wir sehen uns bald.